Ihr Lieben, hier ist für euch die Multitalent-Bombe, Stefan Kuschner! Hallo. Hört ihr mich? Ja. Kannst du mir sagen. Ich bin oben, hui, unten, funn. Wie findet ihr das? Im Vergleich zu den Transen, darf ich heute mal ein bisschen fröhlich sein untenrum? Ist schlimm? Ist faul. Finde ich hier sehr schlimm? Ne? Ne? Du sagst doch mal was, macht doch mal Reaktion hier. Geht so, ne? Ich hab einen ganz trockenen Mund. Wer Mut hat, holt mir gleich mal so eine Bohle, so eine schöne. Die machen nämlich gerade zu und ich kann jetzt hier nicht weg. So eine Scheiße. Ich hab euch ein bisschen Musik mitgebracht. Margot hat euch ja Talent versprochen. Gucken wir mal, was davon übrig bleibt. Ich bin schockiert, meine lieben Freunde. Ne, ich bin erstmal total befriedigt, was wir hier toll feiern können in Berlin. Ist das sensationell? Ist das toll? Denk mal, Russland. Was ist das denn? Katastrophe, oder? Ja. Kann ich ein bisschen Empörung haben gerade? Ganz furchtbar. Seh dir eine Hose an! Ist das furchtbar, Russland? Das geht doch gar nicht. Direkt um die Ecke. Aber das, seit Schröder gesagt hat, es ist ein... Halt mal die Fresse jetzt! Man muss auch mal ein bisschen streng sein. Wie Putin halt, nicht? Der setzt sich halt durch. Richtig so. Aber man hätte es ja erwarten können, als Schröder gesagt hat, das ist ein lupenreiner Demokrat. Bei Frankreich habe ich größere Probleme. Habt ihr mitgekriegt, oder? Hunderttausende auf der Straße gegen Romo ihr? Was ist das denn? Verstehe ich nicht. Und seit Jahren, Moment, Prost. Wie ist die schöne Bohle mit Erdbeer? Ich habe das ernst gemeint. Holt mir jemand eine Erdbeerbohle? Ist jemand so lieb? Ich zahle auch. Ich habe Geld dabei. Ich komme nur jetzt nicht weg. Seit Jahren singe ich, Moment, so ein schönes Medley von Mireille Mathieu. So französische Lieder. L'amour. Und, ne? Hier, da ist Gaël. Unser französischer, was hast du gesagt? Superman. Super gay. Super gay. Jawohl. Aber ich muss ja hier mal einen großen Applaus. Gay. Das ist wunderschön. Und du bist so sexy. Ich singe diese, das ist so ein Medley aus drei Chansons. Es kriegt eine völlig neue Bedeutung. Pass auf, ich zeige euch das mal. Ihr kennt das? Und wir singen jetzt für alle französischen Freunde, die nicht so bekloppt sind, um auf die Straße zu gehen, um Menschenrechte einzuhalten. Ich finde es schockierend. Ich muss den Akzent wechseln. Lieber Flo, wenn du möchtest, drückst du einfach auf Play und dann singen wir zusammen jetzt, wenn ihr könnt, ja? Singt ihr mit. Für alle Franzosen, die lieb sind, singen wir jetzt. Salut, Timon. Er hat gewonnen. Lauter. Ganz Paris ist ein Theater und das spielt bei Tag und Nacht. Und genau wie in jedem Theater wird wir feint, jawohl und genaht. Ganz Paris ist ein Theater und das stützt, heißt C'est la vie. Es wird weiter gehen, immer weiter gehen, irgendwann und irgendwie. Danke, Axel. Es muss weiter gehen, irgendwann und irgendwie. Die Liebe steht nie. hinter den Kulissen von Paris ist das Leben noch einmal so süß. Und das liegt hinter den Kulissen von Paris, denn dort ist das wahre Paradies. Und ewig fließt die Szene und ewig ist la Uhr. Und so wird es immer bleiben. Tag ein, Tag ein, Tag ein, Tag auf, Foujou. Egal was hunderttausend sagen. Jetzt kommt total intellektueller Text. Wenn ihr könnt mitsingen, pass auf. Die schönen Stunden gehen viel zu schnell vorbei Und darum sing ich diesen Song So lange die Liebe noch so schön ist und so neu Die Uhr bleibt niemals stehen Die Uhr will weitergehen Und darum sing ich diesen Song So lange die Liebe noch so neu ist und so schön Und alle Die schönen Stunden gehen viel zu schnell vorbei Und darum sing ich diesen Song So lange die Liebe noch so neu ist und so neu Hör auf! Die Uhr bleibt niemals stehen Die Uhr will weitergehen Da 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 Und da da sie Also ich hätte die Wuchs nicht essen sollen Sie wuchscht gerade bis unten durch So schön So schön So schön Dankeschön Für all die lieben Franzosen, oder? Geht doch! Ihr seid gut drauf, das ist schön! Seid ihr auch ein bisschen betrunken, ja? Ein bisschen!